moin moin willkommen zu einer neuen folge von wie geht das heute mit der thematik wie lade ich einen drucker treiber bei canon unter manchmal weiß man nicht so richtig wo man jetzt einen drucker treiber her bekommt bzw für sein gerät hat wenn man halt einen canon drucker hat sollte man natürlich das ganze bei canon laden dafür öffnen wir einfach mal einen internet explorer also ein browser in dem fall firefox dann geben wir einfach mal bei google canon ein gucken kommen keinen deutschland das klingt schon mal gut als nächstes gehen wir auf support weil die thematik steht natürlich unter support weil man möchte euch helfen dann haben wir treiber software bedienungsanleitung produkt registrierung und häufige fragen wir wollen natürlich ein treiber also klicken wir darauf dann geben wir das gerät an was wir haben in dem fall mal ein mg 7550 hier den möchten wir gerne so jetzt sucht er die treiber aus es sind ganze zwei stück verfügbar er wählt auch gleich das betriebssystem aus was man gerade aktuell ist noch ein rechner hat in dem fall windows 7 und könnte jetzt auch natürlich noch manuell ändern falls man halt jetzt das ganze über den zweiten rechner noch lehnt noch noch laden möchte als nächstes guckt man dann dementsprechend ob das das richtige paket ist kommt das treiber und software paket ist richtig dann sagen wir einfach herunterladen das ganze her akzeptieren und herunterladen ist einfach nur der haftungsausschluss und dann sagen wir einfach nur datei speichern so und dann lädt auch dementsprechend schon runter das war es dann auch schon jetzt können wir das ganze minimieren sehen dass er es runterlädt da ist es wenn er fertig ist mit laden sieht man hier unten dann ganz gut beziehungsweise hier oben nach 15 sekunden fertig laden fünf sekunden noch 3 2 1 fertig und dann sehen wir das hier das komplette installations paket ist so ich hoffe das ganze hat euch gefallen hat euch weitergebracht ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten tag tschüss